Ja, Moins meine Meisters und Meisterin, oder besser gesagt guten Abend und was geht meine sehr geschätzte Krypto-Gang? Freunde, heute mal zum Samstag ein wirklich chilliges und leicht verdauliches Q&A. Ihr habt mir über Insta wieder eure Fragen gestellt, denen ich mich heute stelle, Freunde, haben wir halt einen gemütlichen Plausch am Wochenende unter uns, unter der Gang und so, ne, unter der Meisters und Meisteriners. Und dann, äh, ja, schnacken wir mal jetzt ein bisschen. Ich würde sagen, ihr kennt wie das läuft, nach dem Intro, bis gleich. Hello, Krypto-Gang, greeting from Starbots. So, liebe Freunde, kein langes Gebabbel. Wir starten mit der ersten Frage und die kommen vom sehr geschätzten Carlos Tenik. 91, was geht in dir vor, wenn du an die momentane Situation in der Weltwirtschaftsdenkst? Ja, große Dreck wieder aktiviertet. Ich denke, nicht unbedingt viel mehr, was von dem abweicht, was ihr euch alle denkt. Beziehungsweise sagen wir das mal so, die Sorgen, die Menschen jetzt gerade haben, die eben nicht nur bis zum nächsten Baum denken können oder keine Ahnung. Weil, ihr kennt das ja selber, es gibt, es gibt überall diese, diese, ich beschreibe das immer als Scheuklappen-Menschen, ja. Die leben so in ihrer nichtsagenden Bubble da irgendwie vor sich hin, glauben, alles dreht sich irgendwie um sie selbst in ihr kleinen Kosmos und kriegen eigentlich gar nicht mit, was hier für eine Scheiße um uns herum passiert. Um das auch mal wirklich ungeschönt auszudrücken, auf den Punkt zu bringen. Was all das, was hier passiert, bedeutet für unsere Zukunft, was seit Monaten abgeht. Ich meine, Digger, mindblowing, wo zum Teufel sind wir eigentlich gelandet? Hätte mir jemand, weiß ich nicht, letztes Jahr gesagt, dass wir im heutigen Zeitalter rasend schnell an einen Punkt kommen, wo nicht nur der dritte Weltkrieg und atomare, nukleare Bedrohung wirklich zu einem, zu einem denkbaren Szenario und zur Debatte steht, ja. Sondern auch mitten in Deutschland, in einer bislang funktionierenden Industrienation, Familien und Rentner ausweglos vor dem existenziellen Bankrott stehen, weil sie selbst die Gasrechnung, die man jetzt monatlich bezahlen soll, doppelt über dem steht, was man verdient oder als Rente bekommt. Keine Ahnung, denjenigen, also ist makaber, aber denjenigen hätte ich ausgelacht. Ich hab wirklich, ich hab wirklich im Internet in Berichten und so, also jetzt nicht nur so Fake News und so, sondern, keine Ahnung, überall, irgendwo hab ich Leute gesehen, die jetzt irgendwie 2000 Euro Gasrechnung im Monat zahlen sollen und so einen Scheiß. Im Monat, wohlgemerkt, ne, nicht im Jahr, Nachzahlung, im Monat. Haben aber nur eine Rente oder ein Einkommen von vielleicht, weiß ich nicht, 1200 Euro oder so. Was ist hier einfach nur passiert, frage ich uns. Ungläubigkeit. Ungläubigkeit, was ich fühle, ist, besser kann ich es nicht ausdrücken, Ungläubigkeit und irgendwie eine Art von Schockstarre. So würde ich es tatsächlich erklären, ja. Wir haben hier, das müsst ihr euch mal vorstellen, und ich werde wieder ganz viel Hate bekommen und, äh, mit der Rechts und Links vergiftet und was man ja auch nicht alles ist, wenn man die Wahrheit ausspricht. Wir haben hier in diesem Land eine, eine, eine Bundesregierung, die einen Amtseid geschworen hat, Schaden, also in erster Linie Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Wenn denn möglich, okay. Und die jetzt gegen aller Vernunft und gegen aller Logik auf Kosten der gesamten Bevölkerung und auf Kosten der Ärmsten der Ärmsten, weil da wird es meistens ausgetragen, auf den Nacken der Leute, die sowieso schon nichts haben. Die das eben nicht kompensieren können. An ihrer Solidarität gegen Russland festhalten und aus Prinzip dieser sogenannten Solidarität deren Gas nicht mehr nehmen wollen. Wie bockige kleine Kinder. So kann ich es mir, also anders kann ich es jetzt nicht beschreiben, ohne wirklich auszuatmen und in den Bildschirm zu boxen. Ja, sei wahr, Blatt. Nee, wir nehmen euer Gas nicht mehr. In zweiter Konsequenz aber versucht man uns dann hier täglich, ich spreche das einfach aus, Lack, ist mir egal, wer das nicht hören will, soll sich von diesem Kanal, ja, Selemi. Dass wir hier täglich in unseren Westmedien hören, weiß zu machen, dass Russland einen Gaskrieg gegen uns führen würde. Während Russland aber offen sagt, hä, wir wollen euch doch unser Gas geben, Lack, wir sind doch darauf angewiesen, euch unser Gas zu verkaufen, ja, Menjek. Nee, wir lehnen dankend ab. Aus Solidarität. Und unser Volk geht dafür in letzter Konsequenz vor die Hunde. Punkt. Also, wem das nicht gefällt, dass man das einfach mal so ausspricht, jalla, tschüss, sucht euch einen anderen Kanal, herzlichen Glückwunsch, willkommen in der Realität. Das ist der Preis. Und an dem Preis eben, ja, der viel, viel Leid und was nicht alles erzeugen wird, hält unsere Führungsetage da oben brachial fest. Über eine Million Abwanderer aus Deutschland, und das jetzt schon, zu diesem Zeitpunkt. Eine Million Unternehmer und hochqualifizierte Fachkräfte verlassen Deutschland. Tendenz natürlich massiv steigend. Wir fahren uns vor die Wand. Gnadenlos. Und ich bin ehrlich gesagt der Meinung, der Stein ist jetzt am Rollen und den hältst du dann auch so, äh, sorry, den hältst du dann auch so schnell nicht mehr auf. Und ja, das macht mir zugegebenermaßen Angst. Also, ich mein, weil, auch, keine Ahnung, auch wenn ich unter der CDU-Regierung nicht immer mit allem einverstanden war, und wir Menschen sind ja so gepolt, dass egal wie gut es uns geht, wir finden immer irgendwas zu meckern. Vor allem bei den Entscheidungsträgern. Man geht dann auf den Entscheidungsträgern und sagt, ja, aber, also eigentlich geht's uns hier super gut, aber das find ich blöd und das find ich blöd und das find ich blöd und das find ich blöd. Wir hatten immer was zu meckern, da gehöre ich auch zu. Ich hab auch immer was zu meckern gehabt, aber das war ja alles Füllefanz und ein Kinderscheiß gegen dem, gegen das, wo wir jetzt gerade drinstehen, bellert Halsschlagader. Und da, Zukunftsprognose für dieses Land sieht alles andere offengesagt als gut aus. Und ja, Finanzsystem steht kurz vor einem Kollaps, der Konjunktur geht es katastrophal, bald kann der Großteil nicht mehr heizen und hier und da fragt da mal jemand, der sich über all das bewusst ist, wie es ihm mit der Situation geht. Beschissen. Danke, der Nachfrage. Wie geht's euch damit, Freunde? Let's go! In die Kommentare! Machen wir weiter mit dem Juten Sky Division Gaming. Gesamtmarkt in den nächsten 10 Monaten eher bullisch oder weiterhin bearish? Superleichte Antwort, wenn man mir eben zugehört hat. Langfristig natürlich bearish. Wie sollte es anders sein, Freunde? Also wir stehen davor, dass die Schere am Reich bald explodiert. Zinsen werden weiter maßlos explodieren. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig. Wie gesagt, die Leute, die nicht nur bis zum nächsten Baum denken, denen sollte es bewusst sein, dass das so kommen wird. Wir sehen temporär steigende Abschnitte im Markt, ja, aber langfristig kannst du dir auf Grundlage des allen hier, dieser Makroökonomie, dieser Konjunktur, dieser Krise, in der wir einfach drin sind, Rezession und so weiter, was wir eben beschrieben haben und das war ja nur wirklich die Spitze des Eisbergs, ja. Also da kannst du dir keinen Bullmarkt aufbauen, der wirklich signifikant nachhaltig aussehen wird. Also meine Tendenz, bearish. Der liebe Tarek AKNC, ich hätte jetzt fast Akne gesagt, hoffe es geht dir gut. Wie würde ein 2.000 Euro Portfolio bei dir aussehen? Direkter Disclaimer, Freunde, ihr wisst es ganz wichtig, alles was ich auf sowas antworte, dient natürlich keiner Anlageberatung. Ich gebe nur mal eine persönliche Meinung zum Besten. Wenn 2.000 Euro mein festgesetztes Budget wäre und ich habe noch keine Kryptos, das heißt ich fange jetzt erstmal an mit diesen 2.000 Euro mir ein Portfolio aufzubauen, fange ich nicht mit Bitcoin und Ethereum an. Aus meiner Sicht einfach zu wenig Kapital und da hast du viel mehr Momentum bei kleineren Projekten. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen das schnell, sonst schnacken wir zu lang. 25% QNT, QAN QNT, 25% Cardano, ADA Cardano. Weitere 25%, wir machen gleiche Aufteilung. Weitere 25% Ripple XRP, ja, mit Aussicht, dass das jetzt alles gut ausgeht, sieht ja wirklich gut aus. Und weitere 25%, die letzten 25% in einem meiner Best Performer Polygon Matic. Gutes Hodler-Portfolio, damit wirst du auf jeden Fall bestimmte Gains machen. Du hast vier potenzielle Riesen im Schiff. Ist geil, Freunde, ist ein Träum, können wir euch sagen, gerne in die Kommentare, was ihr mit 2 Gs machen würdet. Wenn deine Frage aber ist, was ich jetzt aktuell mit 2K nachkaufen würde, kann ich da sogar gezielt beantworten, weil ich habe gestern tatsächlich für 2.000 Euro eingekauft, was ein Zufall, aber nur von diesen 2.000 nur für 1.500 Bestand nachgekauft, nämlich 700 Euro Ethereum, 300 Euro Cardano und 500 QAN wieder. Ich hoffe, das war jetzt richtig, aber die drei sind es auf jeden Fall gewesen. Und mit den anderen 500 hatte ich vorgestern schon WeSendIt gekauft. Ja, hatten wir ja gestern ein Video darüber gemacht. Hoffe aber die Frage zielführend beantwortet. Kommen wir zum guten DJ D-Short. Er fragt, Halving 2024 reicht für einen Bullrun, egal welche wirtschaftlich schlechte Lage? Nein, ich würde jetzt nicht sagen, egal welche Lage. Also es gibt sicher schon Szenarien, nach denen du alles in eine Tonne kloppen kannst. Also stell dir jetzt einfach nur mal ein Szenario vor, der dritte Weltkrieg bricht tatsächlich aus, will nichts beschwören, nichts manifestieren, aber stell es dir einfach nur mal vor. Nuklearwaffen werden eingesetzt etc. Infolgedessen crasht das gesamte Weltfinanzsystem. Dritter Weltkrieg würde auch ein Cyberkrieg bedeuten, also flächendeckende Blackouts etc. in ganzen Ländern. Vermutlich, weil wir immer so ein Glück haben, wäre Deutschland mit betroffen. Da hast du auch nichts mehr von Bitcoin und Krypto. Da macht dann auch ein Halving nichts mehr. Wenn so ein Worst-Case-Szenario aber nicht eintreten sollte, wird das Halving natürlich einen immensen Impact auf die weitere Entwicklung des Kryptomarktes haben. Dann werden wir mit Sicherheit einen, und das betone ich, massiven Bullrun sehen. Ja, aktuell bin ich sogar der Meinung, also jetzt mit Rücksicht auf die makroökonomische Lage, haben wir jetzt öfter angesprochen, dass wir vorher sowieso keinen Bullrun sehen werden. Also ich peile tatsächlich den nächsten erst für Zeitraum 2024 an. Nächste Frage nehme ich mit rein, weil sie am öftesten aktuell gefragt werden über Insta und auch hier auf YouTube. Zwei picke ich repräsentativ raus. Welchen Leuten ich denn so auf BingX als CopyTrader folge? Da seid ihr ganz heiß drauf, da zu erfahren. Und heute sage ich es euch tatsächlich. Also, Freunde, zum einen möchte ich euch als erstes mal sagen, wem ich nicht mehr folge, weil das vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ist, da mal so ein paar Warnungen rauszuhauen. Und ganz am Anfang bin ich nämlich Jisoo und der lieben Jenny gefolgt, weil die warum auch immer super Performance-Statistiken haben, okay? Warum auch immer, habe ich jetzt gesagt, also das impliziert ja schon, dass ich nicht verstehe, warum das so ist. Ehrlich gesagt haben die mir beide auf einem Timeframe von drei Wochen nichts außer Verluste eingebracht. Richtige Mongos, Alter, ohne Scheiß. Vor allem diese Jisoo hier, die ist ganz schlimm. Ich trade ja aktuell auch selber und befasse mich ein bisschen mit der Thematik. Und vor allem in Zeiten, wo alle Indikatoren eigentlich klare Schlüsse gegeben haben, wohin der Markt tendiert. Magdepast, RSI, also relative Stärkeindex beispielsweise unter 25, manchmal sogar meinetwegen, ist ein Indikator für kurzfristig jedes jetzt wieder hoch. Zehner, Fünfziger, Hundertfünfziger IMAs stimmen auch auf Daytrade Bullish. Fünf Minuten Timeframe in der Regel, ja. Jeder geht long. Jeder, ausnahmslos jeder. Ich, die anderen Trader, sogar meine Oma, die tot ist, die wollte long gehen. Aber nein, Jisoo ist ja was Besonderes. Jisoo entscheidet sich, einen 4.000 Dollar Volumentrade auf Short zu eröffnen und der geht in nicht mal zwei Stunden in die Zwangsliquidierung. Und das ist nicht nur einmal passiert, okay? Also Jisoo, falls du das hier hörst und der deutsche Sprache mächtig bist, Lack, ja, Mänik, was machst du da? Geh weg von dieser Plattform, du Kelb. Also echt keine Ahnung, ob die alte ein Bottes oder einfach zu dumm zum Kacken ist. Jedenfalls habe ich keine Ahnung, was die da tut. Ist mir nicht ganz schlüsslich. Ich lasse auf jeden Fall die Finger von der Jenny, sind wir jetzt drauf. War jetzt nicht ganz so dramatisch wie diese Jisoo, aber auch meistens Verluste. Aktuell folge ich nur noch zwei. Da sind die Ergebnisse bislang annehmbar. Das wären einmal der liebe Baldritsch, sind wir jetzt hier drauf. Und einmal der liebe Danny Wan. Der Letztere hier, der hatte in der Vergangenheit wohl auch mal ein bis zwei Aussetzer im zentralen Nervensystem. Hat sich aber mittlerweile wieder gefangen und schreibt ganz gute Gewinne. Ihr könnt euch ja gerne mal in den Kommentaren austauschen, Freunde, wem ihr so folgt und wen ihr empfehlen würdet. Vielleicht nehme ich mir da noch so ein paar Tricky-Trader mit rein. Machen wir weiter mit dem Juten Heidjains oder wie auch immer man deinen Namen ausspricht. Welche Trading-Strategie versuchst du als nächstes? Was war bisher die wichtigste Erkenntnis? Die wichtigste Erkenntnis war bislang definitiv, wie letztens in dem Video hier, wo sich jetzt das i öffnet, erklärt, dass zu hoher Hebel und dadurch kommende große Gewinne auf ganz kurze Zeit super gierig machen. Und das passiert tatsächlich auch noch bei Leuten, weil es wollen sich ja immer so viele davon freisprechen, die seit 2017 mit der Materie vertraut sind und sich damit befassen. Weil ich weiß, dass sich, habe ich ja selber die letzte Zeit erlebt, dass sich jeder von außen dann immer da hinstellt und immer, ja, also wie kann man nur so dumm sein und mir würde sowas ja nicht passieren und geben dann immer so krasse Tipps und so, als wären sie persönlich die Trading-Götter, gucken sich aber Krypto-YouTube-Videos an und fragen nach Low-Caps und so. Aber ja, niemand ist sicher vor Gier. Das musste ich selber schmerzhaft merken. Menschlicher Charakterzug, Freunde, besitzt jeder von uns, ist jeder anfällig für. Also, wichtige Erkenntnis beim Future-Trading selber. Wir reden jetzt hier übrigens nicht vom Copy-Trading, falls jetzt jemand verwirrt ist, vom selber Future-Trading, okay? Okay, wichtigste Erkenntnis, keine Emotionen. Emotionen ausschalten. Das hat da nicht zu suchen und ist ein ganz miserabler Ratgeber. Keine zu hohen Hebel, sollte natürlich auch selbst erklären. Und klar sein hat übrigens auch mit dieser Gier zu tun. Allein schon bei der Voreinstellung, ihr werdet es alle kennen. Du wartest da halt gerade auf ein Target oder was weiß ich, guckst dir gerade den BTC-Chart an, ja, da und da werde ich dann reinkloppen und so, weil beobachtest halt den Chart und deine Indikatoren und stellst dir ja schon mal so die Order ein. Dann rechnet der dir ja schon vor, ne? Wie viel Gewinn du bei dem und bei dem Schlusskurs hättest mit dem jeweiligen Leverage? Ja, Freunde, ihr wisst, was ich meine. Also ich weiß, wie verlockend das dann ist, dann nochmal den Hebel zu erhöhen, weil höhere mögliche Gewinne sehen halt schon cooler aus. Ist aber definitiv keine gute Idee. So höher der Hebel, vor allem bei niedrigem Volumen, bist du halt auch super schnell liquidiert. So ist das halt. Jetzt gerade, die, die mir auf Insta folgen, die wissen es ja, laufen meine Trades auf Tagesbasis. Wirklich, muss ich sagen, super gut, klopf auf die Schulter. Also jetzt seit drei Tagen insgesamt 21 Trades gemacht und alle davon wurden im Profit manuell, muss ich auch dazu sagen, jetzt nicht Trigger für Take Profit, aber manuell im Profit geschlossen. Ihr wisst es ja, ich bin ja transparent damit und ihr verfolgt das ja auf Instagram. Mal schauen, ob das so weitergeht, liebe Freunde. Ich halte euch natürlich bei Insta auf dem Laufenden. Und dementsprechend folgt mir auf Insta, folgt mir auch auf Twitter und abonniert euch hier in den YouTube-Kanal. Aber die Links für Twitter und Insta findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, kurzes Update zum Video von gestern, Freunde, ist jetzt einmal auch hier oben verlinkt. Der Private Sale, der ist tatsächlich schon vorbei. Die, die nicht wissen, was ich jetzt gerade rede, also wir haben gestern ein Video gemacht, wo wir eine ICO im Private Sale vorgestellt haben. Projekt, seht ihr jetzt, hier heißt We Sent It. Und ja, die Hardcap war dann jetzt tatsächlich, ich bin selber noch ein bisschen schockt, über Nacht sofort erreicht. Und somit ist der Private Sale tatsächlich auch schon wieder vorbei, okay? Heißt, die nächste Runde, die startet dann erst im Pre-Sale. Ich halte euch aber auf jeden Fall auf dem Laufen und wir machen dann nochmal ein Update-Video, weil ich muss jetzt selbst irgendwie erstmal in Erfahrung bringen, wie der Pre-Sale ablaufen wird. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das so schnell passiert. Ob die das auch über die Webseite machen oder über einen Launch-Provider, ich habe doch keine Ahnung, Freunde. Ich sage euch aber auf jeden Fall Bescheid. Bescheid. Glückwunsch zumindest an der Stelle schon mal an jeden, der gestern den Private Sale-Preis von 0,017 Cent mitnehmen konnte. Alter, Lachs, das ging echt schnell. Krass, krass. So, alle, die, die neu da sind, großbettaktivated, dürfen gerne einmal unten abonnieren und teil der Krypto-Gang werden. Wenn ihr keine geilen ICOs in Zukunft mehr verpassen wollt, um als Early Adopter irgendwo reinzukommen, folgt natürlich der Krypto-Gang. Weil wir sind die beste Gang, wir sind eine geile Maschine und wir machen allmöglichen Scheiß. Wie gesagt, folgen wir auf Insta, auf Twitter ist immer lustig mit uns. Wir sind einfach die geilste Community. That's it. Und das wird euch jeder bestätigen hier von meinen Meisterinas hier und Meisterinos. Und von den 27 anderen Geschlechterformen, die es in Deutschland gibt. Und dann würde ich sagen, ist doch auch alles wieder gut, Freunde. Die Sache ist wie ein Spiegel, weil wenn man da reinguckt, dann sieht man sich und wir sehen uns zum nächsten Video. Das findet morgen statt, weil morgen habe ich auch eine Ankündigung für euch. Und ja, bis dahin, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Morgen ist Sonntag, da sehen wir uns wieder auch wieder entspannt. Macht was mit den Informationen, reingehauen!